Man braucht nur 3 Schuss, oder? Keine Ahnung, man hat nur 3 Schuss Ach so Du musst ihn ablenken, weil sonst kann ich nicht zielen Ja, warte, ich ziel mal auf ihn Mann, der hat die Schüsse abgeblockt Au Ich hab schon 5 Holy Water Das ist kein Holy Water Oh ja, das ist Holy Water, oder? Nein, ich hab verfehlt Also das ist Crystal of Angel Ja, heiliges Wasser ist einfach nur Wasser Ich hab eigentlich die 2 Die restlichen 2 hat da irgendwie abgewehrt Fuck, weg Er regeneriert ihn so schnell Ich weiß Wir müssen ihn gleichzeitig abschießen Au Wow Ich kann nicht mehr sprinten Zu wenig essen Leute, da liegen Ja, das ist heiliges Wasser Das ist gemein Ach so Ich kann nicht mehr sprinten Oh, der jagt mich? Oh mein Gott, Arschloch Ja, weil du ihn zuletzt geschlagen hast Ich kauf schnell noch einen Bogen Oh, so ein Vollhonk-Skelett Geht mich an Au 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 Das hat weh getan Warte, kaufen wir uns beide Zwei Bögen und schießen dann gleichzeitig auf ihn Ja, ich brauch noch mehr Hä? Ich brauch noch mehr Hä? Ich brauch noch mehr Dings Danke, dass du mich so hilfst Danke, dass du mich so hilfst Wie viele Tränen hast du schon? Das ist doch nicht Ich hab acht Ich hab acht Au Ich bin ja auch tot Ich bin ja auch tot Ich bin ja auch tot Ja, du wirst ja wieder respawned Und Ja, jetzt zum Beispiel ist er ruhig Und jetzt könnten wir mit den Pfeilen auf ihn schießen Weil er grad schon still ist Ja, wir dürfen ihn nicht mehr anschießen oder so Ja, wir müssen äh Nee, er schießt wieder 30 Minuten Er schiebt sich Wie viel Oh shit Wie viel hast du? Äh Ich hab jetzt zwei Fuck Kacke Was ist Ich hab grad gehandelt Er hat mich angeschossen Da sind die Tränen raus Also gedroppt Und Boah Dann hat er mich nochmal lang geschossen Und die Tränen waren wieder weg Fuck Mann, das nervt Das ist schwer Sonst hab ich schon wieder neu Boah jetzt Du schnippst mir dauernd die Tränen Ja, ruhig wie selber weg Das mach ich mit Kohle Hinter dir Ich hab aber schon einen oben So einen richtig coolen Bogen Warte, vielleicht kann ich die zurückschießen Wenn ich drauf schlag Wer weiß Geht nicht Äh Ja, ein Heal Schub Ja, ich hab 10 Du musst ihn ablenken oder so Ja, ich lenke ihn schon mal Ich glaub er geht eh nur noch auf mich los Ah, ich bin tot Er geht nur noch auf mich los Du kannst schön gehen Hier ein Drang der Heilung Ach, haste ich Ja, ich schweig ihn nur auf irgendwie das Skelett Alter Schmeißt die Teilungstrand auf dem Skelett Jetzt bewegt er sich auch ab Oh, er ist Hälfte Jetzt können wir ihn langsam mit Der hat noch genug? Keine Sorge 1, 2 3 Stirp, 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 stirp ja hast du die schallplatte ich habe sie ich habe auch ein meter sterne kommt okay warte ich die den letzten doch jetzt viktor hat dann wollte die brücke hier was macht mit den etter stern vielleicht brauchen wir den später behalten alter cool die helden von morgen kann ich dich eigentlich töten oh scheiße er ist noch da alles deine schuld hast du noch voll live ja okay weil ich habe noch und riege müssen jetzt unterspringen fernwärts arm zu wie kommt der hier breit zwei sehr alt draußen ist eine entscheidung aber lassen wir doch mal die zuschauer entscheiden mehr entscheidet eh niemand weil ja lassen wie die einen zuschauer wir sind Kürtel so schaut ja noch die Worte ich will sie aber sehen Weg mit der schwarzen weil ich will die zu köpfen sie so das war es mit hier und rein wir sehen uns wieder beim nächsten das auch immer hatte kommen ja ich sehe dich nicht was ist das und das war der Moment denke ich ist ein Loch ja das habe ich gerade gemacht so bis bis später zum nächsten Let's Play auf die Werte 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 ich sehe dich nicht das ist ja sichtbar bei mir springen wir runter ja bis zum nächsten Let's Play tschüss ich bin wieder bei Werte cool warte machen wir gegen und machen die alles kaputt nicht das ne wir ich stehe jetzt hier und lasse die Musik bisschen laufen und die Fans können sich jetzt mal links also wir haben gar keine Fans aber die Zuschauer oh macht die Musik wieder rein rechts links überall können wir jetzt Videos schauen ich tue es rein ich glaube links unten tue ich ein Video rein ach ja schaut doch noch bei unseren Prozest Pictures unser Reel Kanal vorbei und schaut euch mein neuestes Video an ja das ist Sunday Battlefield 3 und Saturdays Battlefield 3 sieht alles gut aus so jetzt drückt auf den Knopf drückt auf den Video zurück auf den Video sonst wird hier alles so geblasen geblasen hihihi Heinz 2 3 wie wie wir müssen irgendwo Redstone sein oder nö noch doch hier 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 Redstone und das heißt es wurde gestern ja er drückt jetzt auf ein Video ein Video drücken die 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 so wir sehen uns beim nächsten Let's play, tschüss, sag tschüss, sag tschüss, tschüss later, tschüss.